Hallo Leute, willkommen von Wendem Waffen, einer von Cisco, und ich werde jetzt Wendem Waffen wieder machen, weil das immer ziemlich dumm endet. Oh man! So, wo sind die? Was ist das? Ich will nicht sterben! Ah, wir sind die Terroristen, falls ihr nicht gemerkt habt, ne? Sag mal noch. Aaaaaaaaile Es ist Gold lindo. Der Schreie ist nicht effektiv, manchmal… Der Schreie ist nicht effektiv! ach so geht es doch das war der schwester fahrer der erde ja von längs die kleinen husus kleiner und so haben sie mir beise gestellt hat ja der bb weise hat jemand in die gaffin die gaff gratis nein maschinengebär in die fresse gratis nein schade an die mann gerade in die fresse oder ich ich habe ja manche aber keine waffe okay die store action er hat er das hat ja gut funktioniert da ist er noch der hl 47 wenn ich englischen klinge hauen ja passt nicht Alter versuchung gut nicht gegeben ah moin auf fuck, ich habe es da fast das ist das einfach oh mein Gott oh mein Gott, nein wie ein Stern glaube ich, das gilt für das wir gleich schieben ja, wir sind geflickt ahhh wir sind, wir sind, um Singles fuck ach weißt was FBI, hoppa, aber auch wenn ich nicht das FBI bin scheiß drauf FBI, FBI ahhh ich bin tot das hört sich nicht so schreien wenn ich meine Stimme schon mega mache hallo, wie geht's gratis in die Fresse noch jemand gratis in die Fresse schüsse gratis, gratis chaturada liebt den gratis sagen gratis oh mein Gott ich kann mich hören auf die Folge gratis Schüsse in die Fresse gratis, 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 gratis rapare und voll daneben gratis, bitch okay, das hört nicht was jetzt ich will no scopen oh, warum bin ich so hochgeflogen ah, ich bin das FBI, oh, mir ab vielleicht bin ich das FBI, aber egal ah das war für der gleiche gerade oh, mein Lieblingsbaum, das kann ich mir fürs werden sterb doch meine Fresse ist es so schwer zu sterben oh Gott aber irgendwie geht's ah, lass mich doch in Ruhe nein, wie ich hab gesagt nicht heute nein 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 oh, verdammt, wo noch eins so, ne gef ne gef ne gef ne gef ne gef klein, na, puh, so wo sieht das so aus wie schön die Besatzung, die Feilung, danke aber die Wacken, FLAI FBI mit übel Slow au ach, Junge, was rennt man da, Alter hab ich das nicht so voll gesehen Wie bist du bitte nicht tot? Ich habe wenigstens gefeilt bekommen... ...error. Au! Meine Füße! Ah! Da bin ich richtig im Schuss reingelaufen. Hallo. Nein, nein, nein. Okay, ich bin... Och, Mann! Ich wollte den gerade umbringen. Ich... 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 Entschuldige mich, wenn ich das übersteuere... Es ist ja gar nicht schlimm, bis... HA! MINI-GUN! Das ist echt gut. Ich schaff schon wieder ne Pistole. Ja, ja, war ja. Schindig! Hi. I'm mad. ja ich hab ihn gegenseitig gefürzt ja ich hab ihn gegenseitig gefürzt ja überfordert nie wechsel ah oh fuck die da ist schon ich hab ihn nicht wir sind nicht als ob ich nicht bekommen hat der Pussy-Tist fucking hell ich hab ihn nicht was willst du jetzt nicht mehr in die rücken schießen danke ich hab's doch doch gesagt ein kleiner Hundesonder wacht noch ab ich verdiene gerade noch nicht immer ein wenig ich glaube morgen komme ich ganz heise an den letzten Tagen nicht früher so hallo ihr wichser das ist eigentlich ein bisschen besser das ist das ist nicht ich bin es ist dass ich ich bin Na naaa Naa... uah xMM vorstation habe ich nen Aufwand-Dektweck, ich glaub , das u Dokument war's Obivinisch schade Na naaa.. lasst doch schießt sie müssen ne Minortschrehe بnine the boys bitch Rauche Mude... rache heilig alles für die Woche ich bin auch machen das ist wie geht's meine Stimme ja ich bin gleich los ja 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 Jaaa! Ach man, versuch was, wer die Befälle mit der MP. Alter, ihm will die Sprung erwecken. Ja, so springen kann ich auch! Oh fuck. Ah, so aber nicht! Hilfe! Jaaa! Ah fuck! Spaß nicht. Ich bin nicht schuldig! Nein! Oh mein Gott! Das sind die Lüge, Alter! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Ich übertreibe komplett. Ahem, meine Stimme. Ist es denn so schwer? Aaaaaaah! Sagt er und schreit beim nächsten Gegner und steht vor der Züge. Jaaaa! Ich bin... Auf Platz! Oh shit! Auf Platz! Auf Platz! Ja gut, ich glaube, ich bin mehr auf der Scheiße bauen, um kurz zu reden und zu kehren. Es geht also, ja. So Leute, ich glaube, es wird doch eine kürzere Folge, weil ich verliere mein Stimme gerade. Und ich bin nicht wirklich mal die ganze Stimme verlieren für morgen, also. Ja. Ich habe... Und wir haben heute eine etwas kürzere Folge, dass ihr euch eigentlich schon wenig gewinnt. Es gibt ja ein paar kürzere Folge, aber auch schon von CIS-Gausik. Und auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen! Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü